Jo Leute, Kiesbäuche hier Leute, heute machen wir ein Video, und zwar das Ajax Rhetor, und jetzt machen wir das Dettol Rhetor, Dettol ist ein Junge, der 1879 gelebt hat, und dann ist er 1980 gestorben, Leute, das ist halt der Geist, Leute, und dann beginnen wir einfach mal in 3, 2, 1, los geht's! Achso, was ihr dafür braucht, ist eigentlich gar nichts, ich kann mich jetzt dreimal sagen, Dettol tauch auf, dann beginnen wir mal in 3, 2, 1, Dettol tauch auf, Dettol tauch auf, Dettol tauch auf, jetzt gucken wir mal, was passiert, Es ist grad mitten in der Nacht, Leute, und heute ist, ähm, Dienst, ne, ja, heute ist Dienstag, Leute, ja, das ist das zweite Video, So Leute, es ist nichts passiert, Leute, habt trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihn dann rum, da, sag ich einfach mal, bis zum nächsten Video, Peace, heute kommt noch ein Video!